Moin moin, da sind wir wieder. Schön, dass ihr bei Seven Days wieder mit dabei seid. Willkommen zurück. Wir haben ja alles weggeräumt bis auf das bisschen. Das, denke ich mal, werde ich jetzt gleich beim Händler vorbeibringen. Ich repariere das nur einmal kurz. Auch wenn es hier sehr viel ist und den anderen Kram bringen wir rüber. Oh, da haben wir doch gut überstanden. Fällt eigentlich nur noch ein bisschen Licht und vielleicht ein bisschen mehr Waffen. Und wir müssen halt natürlich noch die Möglichkeit bauen, dass wir da halt die Waffen auch wieder auffüllen können. Die waren ja doch relativ schnell leer. Das kann man in Apps drehen. So, wo ist mein Motorrad? Aber ansonsten passt das alles. So, einmal hier lang. So, wir haben jetzt auch mal den Vorteil, dass wir nicht nur mehr Rums in der Knarre haben. Jetzt können wir auch endlich die Lootbrille auflassen. Und brauchen sie nicht immer wechseln. Wo ist das mal? Ja, so oder so aufziehen. Denn passt das. Wunderbar. Warte, was machst du hier rum, mein Freund? Hallo, hallo, hallo. So, unsere Felder sind auch fertig. Komm mal her, mein Freund, Privatgrundstück, bitte. So, ich bringe das kurz runter. Würde ich sagen, wir machen erstmal eine Quest. Ausprobieren, ob sich jetzt wirklich was dran ändert mit dem Dauer- Blutbrillchen auf und außen brauchen wir Fleisch. So, das ist einmal eine Dose Nudeln von der Firma Nudels. Nudels müssen hier drin. Den haben wir ein gutes Schemdöschen. Schem, 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 Schem ist hier. So, einmal eine große Rindfleisch-Ration. Die kommt hier gleich mit drin. Den haben wir noch Erbsen. Erbsen, Erbsen, haben wir keine Erbsen? Doch, Gott sei Dank. So, Hundefutter haben wir, glaube ich, nicht. Hundefutter wollte ich auch gar nicht aufheben. Ne, ne, Hundefutter haben wir nicht. Gut, dann fudern wir die. Weg damit. Den haben wir noch Chili. Chili kommt darin. Und wir haben noch eine Lamm-Ration. Die kommt auch darin. So, Thunfisch haben wir auf jeden Fall auch. Thunfisch da. Sehr schön. Dann haben wir noch ein wertvolles Bier. Sehr schön. Wir haben noch guten Kaffee. Wunderbar. Und wir haben noch ein bisschen rote Tee. So, wir haben zwei leere Gläser. Wir haben ein bisschen Eisen. Wir fahren jetzt zum Händler. Schäbel den Kram da weg. Gucken wir mal, was er hat. Sehr schön, sehr schön. Und ja, ich weiß, ich habe die eine Loot-Kiste vergessen. Wo wir die letzte Fünfer-Quest gemacht haben. Im Higashi-Tower. War aber keine Absicht. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht warum, habe ich an die Kiste überhaupt nicht mehr gedacht. Ich habe sie aber auch nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres, oder? Ich habe es auch eher abgesehen auf die Quest-Belohnung und nicht unbedingt auf den Haupt-Loot. Da ist wie so größtenteils nur Mist drin. Kommt mir zumindest so vor. Oh, ich kann es auch mit haben. Willst du es auch? Nö. Gut. Dann gucken wir mal, was der gute Herr Fick-Quest hat. Abholen soll werden. Skyscraver 01. Das ist jetzt nicht der Higashi-Tower. Und wir hatten letztens drei und das war der Higashi-Tower. Und ist das wahrscheinlich hier die Junk-Tower, oder? Ah, ich will jetzt aber nicht schon wieder so grüßen. Hier haben wir Hospital. Ja, gut. Hospital waren wir aber auch schon drin. Hospital ist natürlich gut, ja. Skyscraver 03. Das hatten wir erst, aber das ist ja auch hier. Alter, guck mal. Okay. Wie wär's denn der Vierer? Ah, gute Nacht. Das ist gerade ein bisschen blöd. Der Tag hat gerade erst angefangen. Downtown Strip 02. Ich weiß gar nicht, was das ist. Machen wir einfach mal. Nur um zu testen. Eine Fünfer will ich auch machen, ja. Aber da hab ich jetzt mal gucken, dann müsste ich mir jetzt so knapp drei bis vier Folgen mit einem Stück machen. Gerade echt nicht die Zeit zu. Ich hab gerade mal die Zeit für knapp zwei Folgen jetzt. Ich hab noch einiges zu tun heute. Aber dann machen wir das bei der nächsten Aufnahme-Session. Dann können wir auch gerne den Skyscraper 01 machen. Das müsste nämlich der Higashi-Tower sein. Wenn ich mir nicht tue, nicht die Higashi, die Dijong. Higashi war ja 03. Der Dijong-Tower müsste es sein. So. Und da brauchen wir definitiv drei bis vier Folgen, um da durchzukommen, weil das ist das größte Gebäude im Spiel. sehr schön. Ja gut, hier waren wir ja schon da. Ja, aber ist nicht schlimm. So, warte mal. Ich will einmal kurz das Kano rennen. Hab ich die Drohne eigentlich leer? Ich weiß es gar nicht. Ja. Gut, starten, rennen in die Gütesdruppe. Hier waren wir schon mehrmals. Ich weiß, ich weiß. Sagt nix. Ne, mein Freund? Sehr schön. Oh, bist du verbrannt? Oh, das tut mir aber leid. Ich ungehobelter Klotz. Tut mir leid. Das nächste Mal klopp ich dich tot, bevor du verbrennst. Denn es ist nicht ganz zu schmerzhaft. Guck mal, immerhin gibt es gutes Essen. Guck mal, hier kommen wir auch gleich reinfutter. Vielleicht gibt es ja besseren Loot jetzt mit dauerhafter Lootbrille auf. Ah, gut, Kohle. Ach, was soll der Geiz? Wir haben Drohne. Wir haben Platz. Gut, hier da bestimmt auch noch jemand. Oder auch nicht. Dann machen wir schottendicht. So, wir nehmen zumindest das Eisen mit. Es können übrigens jederzeit Zombies kommen, weil es ist immer noch das Wildgespür. Habe ich gar nicht ausgemacht. Hm? Ja, gut, darf er ein bisschen Schaden haben, oder? Nö, wir sind voll. Wir sind voll wie Nachbars Lumpy, aber mein nix. Äh, da kannst du behalten, meine Freunde. Ich glaube, hier waren wir echt schon mehrmals drin. Das ist das Teppichstudio, ne? Oh, gut. Gut, ähm, ja, das wusste ich ja vorher nicht. Jetzt auch nicht so schlimm. So, auf jeden Fall nehmen wir die Türchen hier mit. Es ist missing. So, den da möchte ich aber auch einmal mitnehmen. Fleisch brauchen wir sowieso. Danke. Nitrate auch, Knochen jetzt nicht unbedingt, aber immerhin den Rest. So, das kommt auch mit. Den gucken wir auch mal hier rin. Ah, gut, die können wir auch gleich essen. Der kommt mit, der kommt mit, der kommt mit. Der wird zählig, der kommt wieder rin. Hast du auch. Kommst noch mehr? So, hier ist noch ein wertvoller Mülleimer mit gutem wertvollem Holz drin. Du kommst mit. Und hier gibt es noch ein bisschen Bücher, ne? Ja. Papier. Papier. Gut, nichts wertvoll. Die kommen mit. Wertvolle Stühle kommen mit. Da ist noch ein wertvoller Mülleimer. Jo. Ah, Mann, ey. Lohnt sich nicht. Bringt zu wenig Geld. So, nehmen wir irgendwie bei den da nochmal. Fragt mich immer noch, warum das Gebäude hier ein Viererquist ist. Das frage ich mich jedes Mal. Hier geht es nicht weiter, ne? Bö. Ach, Mann, da willst du wohl. Danke. So, hallo, wo bist du denn her? Jungs, wollte ich gerade sagen. Tut mir leid, aber wenn du mich so überfällst, hast du im Loch im Korb. Dafür kann ich nichts. Bitch, willst du gut? Sag mal, was machst du da? Fühlst du dir, als der, der mit dem Teppich tanzt, oder was? Danke. Schlimm, diese Zombies. Gut. Reunet. Reunet. Da kann er raus. Den nehmen wir mit. Wunderbar. Nee, 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 ja, ja, ja. Hier ist auch wieder ein Muni. Ja, den nehmen wir mit. Da gucken wir auch immer kurz rein. Oh, ist irgendwie Müll oder sowas? so, wow. Weiß, hier kommt auch ein bisschen raus, aber so gering, dass sich das nicht lohnt. So, noch mehr Herrschaften hier? Nö, ne? Na doch, doch, doch. Da kommen sie runtergeblübis. Den kommt mal her, Jungs. Oh, die vorne mit grünen Hängerdammel. Okay. Die grünen Zudatis auch. Alles klar. Hilft euch auch nix. Bleib liegen. Du auch. Und nochmal. Genau, da fehlt aber noch jemand. Och, der Beuker, drop an mit. Mensch, war nicht so schwer so rein. Sehr schön. Die Heerschaffen werden auch erledigt. So, zock, da waren wir eben drin. Da waren die Steine drin. Kaffelpulver brauchen wir genauso wenig. So, hier kommt ein... Uah, Herr Schatz, ich dachte jetzt, sie kommt von da um die Ecke. Alter, dafür wirst du jetzt umkippen. Ich hänge hier irgendwo fest. ja, das habe ich hier alle aufgewirkt, oder was? To that note. Ja, so ein bisschen ist hier was. Ne, mein Freund? Wo ist noch der grünen Joe? Bitte? Abflug. Du auch. Abflug, habe ich gesagt. Du genauso. Und du hast recht. Ich will dich hier nicht... Oh. Oh, sehr schön, sehr schön. Die lassen wir auch mal hier, aber... Ich glaube, da kann ich Eisen draus machen. Warte mal. Nein. Na gut, nehmen wir die mit. Die sind zumindest mehr wert als die Schuhe. So, das ist nochmal Blei. Das ist nochmal Missing. Säure muss auch mit. Haben wir hier, der noch so schön ist? Papier. Wer hätte es gedacht? Und da? Immerhin noch was zu trinken. Hier noch irgendwas Brauchbares? Oh, komm mit. Muss man nicht? Kann man aber. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich weiß, dass wir hier schon tausendmal drin waren. Versuche ich hier gerade ein bisschen Gas zu geben. Waren hier schon zu oft drin. Das wusste ich ja vorher nicht. Ich habe mir leider nicht jedes einzelne Gebäude gemerkt. So, aber nochmal ein bisschen Blei. Die werden wir gleich mal schreddern. Oder mit den Stühlen können wir auch mal schreddern. Nehmen viel zu viel Platz weg. So, und hier immerhin noch ein Düschen. So, Jungs. Wieder so grüne Sängerchen. Jetzt ist es wohl so weit, dass wir langsam nur noch grüne kriegen. Oder viele grüne, ne? Was willst du denn? Du bist nicht grün. Sind nur die ordentlichen Jungs. Oder Damen hier. Die will ich nicht. So, den nehmen wir übrigens mal hin. Aber das Röhrchen wird gleich wieder zerschreddert. Die kriege ich auch mal zählen. Nimm, Oli, ist Platz weg. So, hier noch irgendwas. Zumindest. Ja, gut. Zigarre brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir eine haben. Das könnte Geld bringen beim Verkaufen. Nehmen wir sie mal mit. Schaden kann es nicht. Gut, den müssen wir hier durch. Hier ist keiner. Die Schaden machen wir einmal dicht. Hier könnten noch wertvolle Bücher sein. Na, das haben wir schon. Aber allerdings nutzt sich das wegen den Büchern hier eigentlich immer wieder, ne? Na ja, gut. Das haben wir alles. Oh, da ist er auch noch. Haben wir auch schon. Wunderbar. Dann geht's hier wohl, ne? Oink. Nein, ich wollte kein Papier. Wegen dir hab ich Papier einstecken. Trabe an, Mensch. Du klappst du. Da kommt der Manni. Manni. Genau. Harni ist ein Schwersäunen hier. Ich glaub, der Bäcker steckt im Boden, hab ich so den Eindruck, oder? Ja, leicht dezent. Na, wie fühlt man sich denn so im Boden? Gesund, ne? So, den können wir hier in Ruhe weiter looten. Den kann ich hier auch einmal ganz kurz, wenn's geht. Ja. Du musst mit reinpacken. Die kommen auch immer weg. So, hier. Auch nur Papier. Wie immer eigentlich. Sag ich doch, wie immer. So, sonst noch irgendwas? Gut, die Bücherregale. Ist natürlich auch nur Papier. So, Kirtensägen, Bauplan. Haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Rezept Thunfischtoast. Sehr schön. Dann können wir das jetzt auch. Dann haben wir schon. Du, den gucken wir hier noch einmal. Die haben wir auch beide schon. Man findet echt irgendwie öfters was, ne? Hab ich so den Eindruck grad? So, Papier. Die haben wir schon. Ist hier vorne noch irgendwas? Ja, hier. Haben wir auch schon. Aber immerhin alles ein Biesli-EP. Ne, Jungs? Ah, die guten Grünen sind wieder da. Ein Doppelpack sogar diesmal. Und den kommt mal runter hier. Genau, ich brauch ein bisschen Platz hier, Mensch. So, du auch nochmal. Oh, das Stallknüppel wird überbewertet. Geht doch wunderbar mit dem Biesli. Wunderbar. Den, ja. Kommt mal mit. Da haben wir eben reingeguckt. Die wertvollen Stüchen müssen sowieso mit. Der führt kein Weg dran vorbei. Das ist nett. So, hier nochmal. Das brauchen wir auch nicht. Den schon. So. Genau. Das ist kein Weg. Das ist kein Weg. Ich. So, hier vielleicht noch was zu trinken. Ja. Fall in der Essensduse. Der kommt mit. Allerdings kann ich. Wohne mal die drei mal kurz trinken. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Dann haben wir erst noch ein bisschen Trinken auf Verrat. So. Dann kommen wir auch mit. So. Haben wir hier noch irgendwo Bücherregale? Eins, ne? Gut. Generator haben wir auch schon. Also sehr schön, sehr schön. So. Du kommst mit. Du kommst dann bitte mal raus. Oder hier. Oh. Weicker im Doppelpark. Okay. Abflug. Wo kommt man mit, Jungs? Ist mir da zu eng, Mensch. Wie rücken wir zu dicht auf die Pelle? Wo rennst du denn hin? Die haben es auch nicht so Weg zu finden. Okay. Auf jeden Fall. Das kommt mit. Der kommt nicht mit. Der kommt mit. So. Dann muss ich noch einmal Müll in die Tasche krabbeln. Nützt alles nix. Na. Ich muss an die. Na. Und so. So. Die kommt mit. Das kann man zumindest zerschreddern. Das geht rein. Das geht rein. Das geht rein. Die werden wir auch zerschreddern. Wunderbar. So. Hier kommen die Bohnenherrschaften raus. Da ist auch noch eine Kiste. Das kannst du behalten. Den einmal ran da. Ganz schlimm hier die Kisten zu treffen. Ganz, ganz schlimm. So. Und ich zerlegen wir. Das hier geht wieder rein. Die kommt mit. So. Hier auch noch. Ne. Hier nicht. Gut. Blutmäßig lohnt sich die Bude hier aber wirklich immer wieder. So. Hier noch. Da muss mieten. Das gute Millis-Carrie. Wo ist noch Müll? Ah. Ne. Ja gut. Die. Aber ansonsten. Lohnt sich das hier auch nicht. Ich glaube ich muss gleich mal guten Droni befragen. Ist auch noch jemand? Ja. Ich muss gleich einmal bei Droni bei. So. Das nehmen wir noch mit. Und. Da gucken wir natürlich auch einmal ran. Zack. Den können wir gleich mal benutzen. Wunderbar. Droni. Da. Und weh. Du verschwindest wieder. Du backst ja gerne mal irgendwo fest. So. Eher ist mir alles drin. Was passt. Somit ich Platz kriege. Die Posayen hat rein. Wir können ja immer noch nicht die Mod dafür herstellen. Die hätte ich schon gerne irgendwo mal das Rezept oder die Mod selbst. Hallo. Bitte. Wir machen hier die Tür zu. So. Den Herrn hätten wir uns auch gekümmert. Wir müssen einhören. Wunderbar. Das muss mit. Und wir brauchen definitiv Kammelfleisch. Und. Ich muss mir nur. Gerade leicht kratzen. So. Hallo Jungs. Und der Dix. Und du bist so ein Depp, Alter. Ich hatte mein Benzin in die Luft. Glaubst du ja nicht. Ich glaub's ja echt nicht. Wertvolles Benzin. Ja gut. Hier kommt zumindest Elektro-Ports mal raus. Oder? Ich glaub ja. So. Hier sind gar nicht so viele Kisten. Aber allerdings konnte eine Knochen darin. Das kommt mit. Hier. Hier ist eine Kiste. Sehr schön. Da muss ich auch mal ran. Und. Ah gut. Ich glaub die brauchen wir auch nicht zwangsläufig. Aber aufhör mal geht das rin. Das rin. Das rin. Die wird zerlegt. Ah. Wir nehmen sie mal mit. Warte mal. Hier ist sie in der Tat noch nicht drauf. Ja. Dann kommt sie hier auf jeden Fall rauf. Wieso war die da noch nicht drauf? Okay. Den jetzt. So. Hier noch irgendwas? Ja. Ja. Gut. Die kann man gut verkaufen. Geld kommt auch mit. Sonst ist hier nichts weiter. Hier. Auch keine Kiste. Mö. Okay. Hier vielleicht noch. Ich glaub. Ja. Die steht hier noch. Haben hier halt ein bisschen rumran erlebt die Guten. Aber das Wichtigste steht noch. Gut. Den kann man zerschreddern. Den kann man zerschreddern. Moni kommt mit. Ähm. Der fliegt raus. Das Plastik genauso. So. Einmal der Müll mit. Danke. So Jungs. Mudis. Mädels. Jungs. Wie auch immer da drin hockt. Kommt raus. So. Einmal hier rüber. Ach. Komm Jungs. Kommt. Lauft. Oh Gott. Du kannst wieder so rennen. Ne? Und zwar richtig wiegt du. Ne Moni? Ja Moni. Das magst du gern. Ne? Immer drauf da. Genau. So. Hier war auch nichts weiter außer die Generatur. Ne? Das nehmen wir doch gerne alles mit. Das kann man immer gebrauchen. Hier nochmal. Das ist nett. Die kommen mit. Und dann geht es hier wieder runter. Das ist eigentlich für ein Vierergebäude viel zu klein ehrlich gesagt. Aber gut. Äh. Warte mal. Hier. Die weg. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ach Stevie. Apfel. Genau. Deine Bude gehört jetzt mir. Hier hast du nichts mehr verloren. drin. So. Der ist gut mit. Das kommt ebenfalls mit. Das ist nett. Oh. Guck mal hier. Hier. Ich meine brauche ich jetzt nicht dringend. Willst du. Danke. Immerhin die da. Der kommt mit. So. Das wäre ich jetzt hier auch schon wieder näher. Also ob wir heute hier unten war nichts weiter. Nein. So. Die gute Türe. Die muss mit. Sehr schön. Einmal das zerlegen. Soll ich die Stühle auch gleich zerlegen? So nicht. So nicht. Aber manchmal ist hier ein Tresor. Die können wir gleich benutzen. So den wollen wir auch. Sehr schön. Können Sie mir schon fast durch? Ich sag ja für ein Führergebäude. Ist dort hier ein bisschen wenig. Na und dies? Ja. Ja. Eigentlich brauche ich das Fleisch. Ich muss einmal runter. Tut mir leid. Au. Okay. Das war eine Festtauchung. Ich kann das Fleisch hier nicht einfach liegen lassen. Ich brauche das. Wo ist der andere Hundi gelandet? Ich habe keine Ahnung. Echt jetzt? Ah. So eine kleine Höhe. So eine kleine Höhe. Und man bricht sich die Knochen. Das ist typisch. So. War ja schnell erledigt. Gut. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir laufen wollen. Sonst kriegen wir das nie weg. Da ist so eine kleine. Achso. Den hatte ich nicht gesehen. So. Gumm ich hier hoch? Ja. So viel lehnt man das nicht. Besser als wieder außen rum zu laufen. Bringt mir gar nicht. Ich habe gedacht. Also ich kann dann jetzt hier rausspringen. Dass der Tisch da unterstehen bleibt. Aber. Gut. Man kann ja alles haben. Sehr schön. Sehr schön. Den hatten wir schon. Den noch einmal hier. Die wollen doch jetzt sowieso wieder nicht aufstehen. Der Drop ist auch wieder da. War irgendwie immer in diesem Gebäude, ne? Okay. Warte mal. Das machen wir anders. Na mein Freund. So net, du, so net. So. Ich darf auch mal. Ich darf auch mal. Ich darf auch mal. So. Der Rest ist irgendwo runtergedreht. Hol ich gleich. Wir holen uns gleich erstmal den Hauptloot. Dim 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 die. Entweder resetten sie. Oder sie kommen irgendwo wieder rein. Oh, den finden wir schon. Ich glaube, eins von mir lebt noch. So. Und mal hier runter. 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 Mein Freund. Danke. Hier ist manchmal auch noch einer. Nicht immer. Aber manchmal. Na, siehst du mal. Ja, noch? Nein, hier nicht. Gut. Den gucken wir mal. Wir haben, die können wir mitnehmen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ich muss einmal zu Droney. Sonst kriegen wir hier nie alles mit. Aber Droney ist gerade irgendwo hängen geblieben. Das ist da oben irgendwo. Jetzt hat sie es geschafft. Gut. Sehr schön. Kriege ich hier noch irgendwas rein? Ja. So. Was haben wir hier? Ein bisschen Schießpulver und Moniz. Sehr schön. Den können wir gleich benutzen. Den gucken wir hier auch einmal in die Kisten. Nein, ich vergesse diesmal nicht. Ich habe sie gesehen. Auch wenn ich nicht drauf stehe. So. Dann. Ja, nehmen wir mit. Ich glaube, vielleicht noch irgendwas Brauchbares. Oh. Gut. Brauche ich nicht wirklich. Fahrzeug, Sitzplatten, Hotze. Aber gut. Man kann es ja mal mitnehmen. Also leeren zumindest. Einmal öffnen. Genau. Ja, da will mich um die Ecke. Ich muss mal gucken. Eigentlich müssten wir gleich noch, wenn wir das Motorrad umgeladen haben, den Airdrop mitkriegen. Würde ich schon gerne machen. Da kann ja auch noch ein paar Blöcke oder so drin sein, die wir brauchen. Damit wir da weiterkommen. Sehr schön. Ähm. Okay. Das ist alles mit hier. Den kann man eigentlich auch noch verkaufen. Der kommt sowieso mit. Die machen wir jetzt nicht. Jetzt können wir sie also selber bauen. Jetzt brauchen wir sie bloß nicht mehr. Wunderbar. Was doch. So, jetzt muss ich aber noch, damit die Quiz fertig ist, den 1-Somi finden. Aber das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Wenn ich hier nicht feststecken würde. Jetzt muss ich echt die ganze Zeit langsam laufen. Da waren wir noch gar nicht. Ich weiß es nicht so genau, aber... Quiz ist fertig. Ich habe keine Ahnung, woran der Zombie gestorben ist, aber Quiz ist fertig. Okay. Der ist wahrscheinlich in irgendwelche Sprags geraten. Irgendwo dran muss sein, weil es gerade gestorben ist. Oh. Sind wir wieder auf 9 Minuten? Wir waren schon mal auf 7, ne? Ich kann es nicht ändern. So. Den auch immer. Erstmal alles drin. So Tien tue ich später. So. Knochen wollte ich eigentlich auch gar nicht mitnehmen. Gut, jetzt haben wir sie mit. Leder wollte ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Kann man den ändern? Ist halt irgendwie so in die Tasche geflüchtet. Keine Ahnung warum. Ehrtrop kriegen wir auf jeden Fall mit. So, Ehrtrop ist da vorne irgendwo. Und wir werden gleich zu Hause an Honig genehmigen. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch einen. Wäre auch schon. Aber da brauche ich nicht immer meine Antibiotika, weil irgendwie finde ich kaum noch Antibiotika. Die werden immer weniger. Das geht so natürlich auch nicht. Röke durch. Sieht so aus. Ähm, ja. Das ist hier immer so eine... Bei der Post hier, ne? Wäre ich hier durch? Wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere es mal. Ja, doch, doch. Zum Glück bin ich mit dem Motor unterwegs. Sehr schön. Ich glaube, die liegt fast von meinem Zuhause, ne? Oder vorne ist es ja schon. Na, der Ehrtrop liegt doch mal wunderbar wie auf dem Präsentierteller. Na, da haben wir wieder zwei Nebiotika. Sehr schön. Und ein Fankampf-Modspaket. Oh, was haben wir denn da so schönes? Nur Müll. Schalldämpfer? Haben wir die auf beiden Waffen? Ich glaube, ja. Hier habe ich keine Schalldämpfer. Doch. Und auf der anderen auch, ne? Schalldämpfer? Gut. Brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Aber ist nun mal so. Kann ich ihn nennen? Na, nicht wundern, warum ich so komisch klicke. Ich bin leicht heißer. Hab mir mal wieder eine Erkältung zugezogen. Kennen wir ja schon. Die, 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 die. So, warte mal. Ich will jetzt einmal kurz aussoutieren, bevor ich jetzt da reingehe. Das kommt auf jeden Fall rein. Die Motze. Ja, gut. Warte mal, gucken wir gleich mal. Die will ich verkaufen. Das will ich verkaufen. Den will ich verkaufen. Das auf jeden Fall auch. Die soll weg. Das kommt weg. Das kommt mit weg. So, das kann auch mit weg. Ah, da muss ich gleich mal gucken. Nehmen wir erst einmal raus. Das soll mit weg. So, einen Moment. Mir juckt die Nase. Kriege ich hier irgendwelche dieser Motze rauf? Ja, die können da rauf. Die können da rauf, siehst du mal. Und hier geht wahrscheinlich nix mehr rauf. Na doch, doch. Siehst du mal. Da sind die Motze auch gut angelegt. Wunderbar. Hm, na gut. Reparen tue ich es jetzt nicht. Wegen drei Reparaturkits. Das ist nicht viel. Ich müsste mal welche herstellen. Wenn ich nicht zu geizig wäre, mal geschmittetes Eisen dafür zu verballern. Ach, wir werden kann er den Chrom hier gleich haben. Sehr schön. Äh, was haben wir denn hier? Einmal Militärstiefel. Gut, wir haben sie schon alle sechs. Die bringen 777. Ah, gut. Ist beides nicht so der Bruder, aber nimm mal Bordes mit. Zack. So, du kriegst auch mal das. 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 Gibt immerhin ein bisschen Kleingeld. Den kannst du noch mal haben. Die vier auch. Genau wie die vier. Die noch mal. Den, den und die drei. Immerhin. Immerhin 7197. Ist besser als nix. So. Ähm, ja. Downtown Building 3 ist das auf jeden Fall. Eben hatten wir zwei, ne? Wenn ich die mal annehme, aber wir müssen wir eh erst mal nach Hause. Das nützt ja alles nix. Boah, warte mal. Bevor ich jetzt nach Hause fahre. Ich hab doch garantiert. Ja, garantiert. Boah, erst mal dahin. Schon mal Sachen, die hier hin sollen. Immer diese hin und her. Das muss auch nicht sein. Ein bisschen Fleisch haben wir ja auch wieder. Muss mich auch unbedingt um die Felder kümmern. Na, passt doch. Glaubt, das werden wir jetzt demnächst auch erst mal machen. Hier ein bisschen weiter. Muss ja umgehen. Auf jeden Fall, wir haben zwei falsch geschriebene Misusuppen. Den haben wir noch drei große Rindfleischrationen. Wir holen einen KW. So, sonst noch irgendwas zu futtern. Das war's, glaube ich, schon, ne? Wo ist denn das Fleisch? Hm, warte mal. Äh, wo ist meine Drohne? Ich glaube, ich hatte hier noch Sachen drin. Ein Biesli zumindest. So, warte mal. Die Pilze, die kommen hier rein. So, da ist das Gammelfleisch. Das muss hier auch rein. Gut, weit kommen wir damit aber auch nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas? An Essen, meine ich. Ja, Kaffee und trübes Wasser. Trübes Wasser muss hier rein. So, Kaffee muss da rein. Stöhnt nicht so rum, Junge. Hast du doch fast geschafft. Sind doch nur da fünf Minuten, Mensch. So, auch wie beim Bier hier rinnen. Die hier, äh, das reine Wasser hier rinnen. Das durcheinander hier. So, wir haben noch eine Hühnchenration. Die muss auf jeden Fall da rein. Und ich glaube, das war es jetzt an Dosen. Na, wir haben noch drei Juga-Saft. Okay. So, das war es jetzt aber. Jo, ich glaube aber irgendwas war noch in der Drohne. Ja, gut. Zigarre kommen wir nach Hause. Tierfett kommt hier mit drin. Ähm, da. Boah, Knochenleder, alles. Das kommt alles rüber. Ja. Ja, ich glaube, wir werden hier erstmal weitermachen. Muss ein bisschen umgehen. Haben jetzt eine Quest gemacht. Dann machen wir erstmal hier weiter. Wir wollen ja auch hier fertig werden. Basenmäßig muss ich auch noch weitermachen. Boah, zu tun ist so genug. Das wird wahrscheinlich weit über heute zehn Händler es gehen. Haben wir hier eigentlich noch eine Dingsbums-Mod drin? Ja. Sehr schön. Oh, immer hier rum. Das schlittert aber auch in den Kurven. Hatte ich das Auto eigentlich leer gemacht? Nur mal so aus dem Tresse nach der Horde. Ich weiß es nicht. Ja. Hatte ich. Jo, hier war nichts mehr drinne. Drohne? Hatte ich da jetzt alles rausgenommen? Ja. Gut, ist nur noch der Kram im Inventar. Sehr schön. Gut, unsere Verseuchung ist mittlerweile auf 3,1. Aber Honig reicht. Honig regelt. Und das kriegen wir eh andauernd. Allein schon aus den Bäumen. Mach ich glaube ich jetzt mal als erstes, sonst vergesse ich das. Honig. Honig. Da ist auch Honig. Bis dann mal. Wunderbar. Dann ist das Problem auch behoben. Den können wir mal gucken, ob hier noch was drin passt. Jede Menge sogar. Money. Wie gesagt, 9 mm wollte ich hier jetzt nicht rein. Aber der Rest kann hier rein. Ja. Muss ein bisschen sortieren, wenn es geht, ja? Danke. Hier haben wir hier noch was. Ein paar Klinigkeiten. Ja. Electrical Ports. Die hatte ich hier mit drin. In der Arbeitskiste. Sollten sie zumindest sein. Ich sehe sie aber nicht. So, ein bisschen Money. Das kriegen wir hin. Money, Money. Drohne, geh mal aus dem Weg hier. Du gehst aber, passt nicht. Den gehst du hier mit drin. Passt auch nicht. Wie jetzt? Ich kann wertvolle Anti-Beauty gar nicht reinschmeißen. Bin eben so. Und hier kommt erst mal Money mit rein. Wunderbar. Und die 9 mm, wie gesagt, habe ich hier noch drinnen. Nein, ne? Die 9 mm Pock erst mal doch mit rein. Ah, hier ist aber ein Biesle. Wunderbar. Ah, 9 mm muss ich definitiv vor der nächsten Horde wieder herstellen. Das ist sicher. So, du kannst erst mal da mit drin. Das lohnt sich dann nicht. Aber wir brauchen definitiv ein bisschen Eisen. Nitrat jetzt nicht unbedingt. Aber ein bisschen Schwarzpulver. Ah, Kohle, glaube ich. Mal ein bisschen Schießpulver machen können. Das macht man, glaube ich, am Chemietisch, ne? Oder hatte ich da was gemacht? Nö, nur ein bisschen Benzin. Okay. Aber alles eins und andere. Also, bevor der ist am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir machen jetzt erst mal da hinten weiter. Zumindest die Felder und das weiter. Zumindest so gut, wie es geht. Und nicht viele Beete machen können wir nicht. Aber immerhin ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bye, bye.